So, Hallöchen zu einer kleinen Ankündigung. Folgendes, ich möchte es mal versuchen mit einem Livestream und zwar werde ich den am Sonntag, dem 25.09. machen oder eher gesagt werde ich es mal probieren. Ihr könnt da gerne mal vorbeischauen, ich werde es versuchen so ab 18 Uhr abends anzufangen und ja, wie gesagt, es wird mein erster Livestream sein. Ich habe da bisher noch gar keine Erfahrung und erwarte nicht zu viel davon. Was wir da machen, das habe ich mir eigentlich schon überlegt. Ich möchte im Let's Play nicht weitermachen, sondern ich möchte bei Livestreams in erster Linie oder im Moment jetzt, so wie ich das gerade finde, etwas anderes machen. Das heißt, ich werde ein Tutorial vorbereiten praktisch oder wie ich selbst an eine Idee rangehen würde, die ich gerade gestellt bekomme, wenn ich irgendwas bauen soll. Ihr könnt mir dann ab, ich sag mal so, ab 17 Uhr, damit ich keine Zeit habe, das vorzubereiten, eine PN schreiben, wo Livestream-Wunsch draufsteht. Und dort werdet ihr euren Wunsch oder euer Wunsch-Tutorial posten und ich werde dann mit euch gemeinsam um 18 Uhr im Livestream dann in mein Postfach reinschauen. Und wir werden uns, oder ey, was heißt, wir werden uns, ich werde mir dann eine heraussuchen, die ich denke, dass sie realisierbar ist oder umsetzbar ist und die ich auch noch nicht gemacht habe. Und dann werde ich dann so versuchen, ein bisschen zu basteln. Es wird vielleicht etwas, ich weiß nicht, vielleicht kann es eintönig werden. Ich weiß ja nicht, wie ihr das so findet, ob es spannend findet oder ob es nicht spannend findet. Ich werde aber jetzt kommentieren, was ich mir gerade überlegt habe, wie es funktionieren könnte oder wie es nicht funktionieren könnte. Und nur so als Grundidee mal so nebenbei. Es soll jetzt nichts besonders Großes werden. Halt nur mal so ein kleiner Livestream-Test, mit dem ich was mache und in dem ihr ein bisschen auch beteiligt seid. Ich habe jetzt keinen extra Chat dafür. Ich glaube, man kann auch für die Streaming-Seite noch einen Chat mit integrieren, irgendwas. Das lasse ich für das erste Mal raus. Nur so als kleines Probier-Themchen da erstmal so ein bisschen so reinzuschnuppern. Also wie gesagt, der Livestream, 25.09.18 Uhr. Ich werde das alles in den Kommentaren, äh, nicht in den Kommentaren, in die Beschreibung nochmal reinposten. Auch den Link zu dem Livestream, den kann ich eigentlich jetzt schon mal reinposten. Ich glaube, das ist immer der gleiche, weil man kann ja für seinen Account immer nur einen irgendwie setzen. Wenn nicht, werde ich natürlich noch nachträglich ändern. Wenn er nicht funktionieren sollte, schaut spätestens, äh, halt dann am Sonntag nochmal rein. Kurz bevor es losgeht, da sollte dann der richtige Link drin stehen. Und ja, ich werde dann natürlich vorher ab halb, denke ich mal, oder was heißt ab viertel vor, sage ich mal, ein bisschen testen, dass das alles funktioniert. Ähm, ich werde dann nochmal in Skype reingehen und dass ihr, ich habe ja einen Skype-Account, könnt ihr mich adden auf meinem Kanal, ist die Adresse. Und da werde ich nochmal nachfragen, ob das alles okay ist mit der Qualität, Sound und so weiter. Ich habe es probiert, in HD funktioniert es nicht so ganz. Wie gesagt, mit Inder ist natürlich für ein A, ihr wisst schon. Und, ähm, ich deshalb, 480 Pixel, ich habe es heute schon getestet, funktioniert es. Okay, so viel dazu. Wir sehen uns am Sonntag. Ich hoffe mal, dass es alles gut klappt. Und dann, ich hoffe, ihr findet es interessant. Ich weiß es ja nicht. Nur ein kleiner Test. Wer möchte, schaut rein. Wer nicht, der nicht. Gut, dann sehen wir uns am Sonntag oder auch im nächsten Video LP, was auch immer. Auf Wiedersehen. Gut, dann sehen wir uns am Sonntag.